Rüber nach Bulburan und holen dort die Rinder Schon wieder eine Beförderung Hier geht man ein bisschen nach oben Bunduk auch So Katrin Du hast schlechte Ausrüstung Dann werde ich dich mal ein bisschen ausrüsten So Und Stiefel noch Jetzt ein bisschen runter Tun Gut Jetzt bist du wenigstens ein bisschen ausgerüstet Du hast Inventarverwaltung Wieso hast du Inventarverwaltung Dann mache ich dich lieber auf Stärke und Schlagkraft So Das bringt ihr gar nichts Sie hat ja kein eigenes Inventar Und du hast Ja Machst du auch auf der Ecke Wir brauchen gute Krieger Die werden später Die werden später sehr stark Wenn man sie auf Krieger trimmt So So Buluban Dann Ein bisschen die Musik noch lauter machen Kauft Vorräte von Geht im Dorfzentrum Müssen wir Ähm Vorräder kaufen Rinder Ich nehme mal 5 Schauen wir an Ja 5 Ach komm ihr blöden Rinder Was ist jetzt schon wieder? Ach Hier Die ganze Zeit haben die irgendwelche Problemchen Cool Mein Herr Unser Dorf ist dankbar Für eure Hilfe Mit den 5 Rinden die ihr gebracht habt Können wir nun eine eigene Härte züchten Habt ihr Aufgaben? Nein momentan nicht So Dann gehen wir mal nach Kudan Schenke Oh Bauer Dann Dann Der Dorf Dorf Uslum Befreien Okay das machen wir noch da Und dann muss ich leider Die Aufnahmesession beenden Ich werde langsam müde Und ja Sonst habe ich zu viele Videos noch Aber ihr merkt es ja nicht Die Pause Ich nehme immer so auf Ich nehme immer so auf dass ich genug habe Bis zur nächsten Aufnahmesession Ähm Ich mache den Sound wieder ein bisschen leiser Das macht mir in den Ohren ein bisschen zu fest weh Und die so aufdrehen Und die so aufdrehen So Dann gehen wir nach Uslum Ich nehme immerhin Und das macht mich Ja Und das macht mich Das schärfe unser Dorf ein bisschen aus. Mal schauen, ob wir dann noch ein paar Level-Ups bekommen. Wenn wir viel Gegner besiegen, geht das natürlich rasend schnell. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Nein. Nein. Okay. Okay. So. Jetzt schauen wir noch kurz. Machen wir die Leute noch kurz. Und jetzt Berichte. Charakterbericht 10 Ehre und 6 Richter auf Regierung. Okay. Ähm. Gefährtenmissionsbeziehungen. Ja, sieht schon viel besser als diese zwei sind klar. Gegen die haben wir gekämpft. Sonst, ja. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Okay. Was haben die eigentlich für Ruf? Ja, recht gut. Ähm. Ist gegenüber einladend. Einladend. Vermeintlich ist kriegerisch. Okay. Ja. Den Rest machen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. Vielleicht hat es euch gefallen. Ich hoffe sehr. Und ja. Ähm. Ihr dürft gerne ein paar Sachen, Meinungen sagen. Wünsche äußern. Alles mögliche. Da wäre ich sehr froh darüber. Wenn ihr ein bisschen mit mir redet, quatscht und so. Jo. Momentan ist es einfach so, dass es auf YouTube ein bisschen langweilig ist. Und ich wäre froh, wenn ich hier jemand zum Quasseln habe. Zum Chatten habe. Zum Kommentarbeantworten habe. Und auch etwas in Form machen kann. Wäre ja gut, wenn ihr euch in Form ein bisschen umschaut. Und eventuell euch registriert. Und ein bisschen Sachen plaudern. Und ja. Dann bin ich ja bei Twitch, Facebook, Google Plus. Überall bin ich eigentlich schon fast. Und ja. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Die meisten Links sind im Kanal. Und ja. Also. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und Tschüss.